Grüß euch, ich bin der Fredl, Spinning Instruktor, gebe heute eine Cyclingstunde mit Intervall. Intervall ist es sehr wichtig, dass man mit Bulls schnell nach oben kommt und dann schnell wieder herunter kommt. Wir erhöhen jetzt das Tempo. Come on! Redaktion! Position 2. Wir kommen heraus. Wir schwingen kein weiteres. Wir schwingen kein weiteres. Jawohl! Kommt ihr Sektor! Position 2. Off!